Interessiert die nicht. Hallo? Ja. Wie viele sind das? Fünf? Vier habe ich bisher gezählt. Die machen Geräusche. Rappig. Was lief. Siehst du auch nicht oft, ne? Blatt mal lieber auf den Bauch, nicht runter. Sieh wie Eichhörte. Nein. Nein, kalt. Heu. Nicht anfassen, ne? Na, kommen wir ein bisschen weiter. Die Mutter wartet jetzt auf die irgendwo.